Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei 4. Wir waren stehen geblieben, dass wir den Turm wieder lauter drehen mussten. Also ich zumindest. Jetzt fliegen mir wieder gerade die Ohren so halb weg, aber Hauptsache es ist für euch gut. Und wir waren noch dabei uns durch die, durch das Labor durchzuarbeiten. Genau, wir mussten jetzt hier rein, daran erinnere ich mich noch. Da war ein Ninja. Ich glaube das ist immer das Zeichen, dass er ein Ninja ist. So. Weißt du, lass mal kurz die Taschenlampe aufladen. Ist das Mikro eigentlich an? Ja, das Mikro ist an. Der Timer läuft auch. Alter, das ist so extrem laut bei mir auf den Ohren. Das ist so extre... Ach, ich habe wieder Mitteilung gerückt. Wow. Alter. So war das aber nicht geplant. Dann ist die nächste Gun. Hier gibt es wahrscheinlich überall so Stromdinger, wo man die abschalten kann. Ich frage mich, ob wir den Dicken noch kriegen werden. So, ich habe keine Ahnung, wo ich langlaufen muss. Ich laufe einfach mal. Alter, das ist so extrem laut auf meinen Ohren, das halte ich nicht durch. Sound. Dann drehen wir das hier einfach leiser. So, ich hoffe, dass es jetzt gut ist. Obwohl, naja, die Soundeffekte sind schon wieder sehr leise. Ach ne, Sound... So, oh. Da liegt was. Da liegt ein toter Wissenschaftler. Guten Tag. Danke für das Medic. Ähm... Mal kurz die Lampe aus. Ah, Checkpoint erreicht. Sehr schön. Okay, F5. Speichern wir einmal schnell nochmal so ab. Äh... Gott sei Dank, Mann. Gibt's ne Pumpgun. Oh. Ich hole dich. So. Jetzt muss ich erstmal zurücklaufen und mir alles angucken, was ich hier da liegen lassen. Das Medic nehmen wir natürlich mit. Ähm... So, dann gehen wir erstmal hier rum. Ach, dann bekomme ich da rein. Okay. Okay. Hier ist offen. Oh, Checkpoint noch einer erreicht. Checkpoint noch einer erreicht. Sehr schön. Das ist ja speichert auch so nochmal ab. Was ist das denn? Oh, 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 oh. Alter. Medics. 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 Sani! Das heißt das doch beim Mund immer. Sani! Kevlar Das sieht nicht gut aus Wow Muss ich jetzt gegen den kämpfen Ich habe ihn gesehen Was bist du? Ich will dich haben Ist das ein Raketenwerf oder was? Ich sehe nichts Ist er tot? Ist er tot? Ist er tot? Nein Stirb! Da fuck! Was war das denn? Habe ich die Waffe jetzt noch? Na super, die ist leer Kann ich hier direkt wieder umtauschen Hier ist auf einmal richtig Musik in dem Spiel Vorher ist mir die noch gar nicht aufgefallen Oder ich hatte die so leise Dass ich sie gar nicht gehört habe So, haben wir hier noch irgendwas Ja, die Kevlar nehmen wir natürlich mit So, was haben wir hier denn noch? E drücken Aufzuheben Penetrator Da ist der Name wahrscheinlich Programm Entschuldigung Äh, da muss ich da rauf Hallo, ich würde da gerne rauf Ach, da war ein Aufzuchtding drauf Okay Äh, wo muss ich denn hier überhaupt hin? Das sieht irgendwie nicht so aus Ach doch, da hinten ist noch ein Weg So, diesen Superkampfroboter Den haben wir erledigt Dann schauen wir mal Was hier noch so schönes ist Da haben wir noch ein bisschen Kevlar Wie viel Zeit habe ich denn noch? Ich muss gleich unbedingt mal in die Aufnahme reinhören Wie der Ton ist Ob ich den vielleicht noch ein bisschen leiser drehen kann Aber der ist extrem laut für mich auf den Ohren Aber das ist ja irgendwie immer Wenn man mit Headset spielt Achso, jetzt sind wir hier oben, okay So Wir Wir haben ja immer noch die auf Okay, ich muss hier rein Das klingt nicht gut Ich habe irgendwie den Eindruck, dass ich das schnell lösen will Ach Achso Okay Entrieblungen sind dann wahrscheinlich aufgehoben Okay Okay, die Stimmen muss ich auf jeden Fall noch ein bisschen lauter drehen So Also der hatte nur gesagt, dass die das eingestellt hatten Weil es offenbar irgendwelche Toten gab So Lernen wir einmal nach War ich das? In Zweifel war ich das So, wir speichern an der Stelle nochmal ab Äh, wie viel Zeit habe ich denn noch? Vier Minuten Ah, Checkpoint erreicht Wunderbar Während ihr das hier übrigens seht Äh, Laden gerade Part Elf und zwölf hoch Wie geil ist das denn bitte Ja, stirbt Schade Na gut, ein paar konnte ich erledigen Ein paar konnte ich erledigen Äh Ach, muss ich hier durch einfach Ja Ah, Mitteilung Ah Ich bin Ich bin Na Nichts was wurde jetzt getötet so wo starte ich denn jetzt wieder hier okay dann kann ich noch mal versuchen nah was sade das sieht schon mal besser aus jetzt komme ich euch gerne besuchen ne da bewegt sich nichts mehr ich glaube jetzt sind alle tot das speichern wir mal ab das klingt jetzt sind alle tot da ist zu da sind noch mehr da sind noch mehr mitteilung was wo war der wo steckt er ach ja gut hier sind ja jetzt habe ich schon viele schon vorsortiert das klingt auch vorsortiert immer so fragwürdige begriffe im zusammenhang mit menschen replikanten die frage ist jetzt auch sind ich frage es ja auch sind replikanten also droid klone sind das jetzt auch menschen oder das wäre ja auch mal so eine ethische frage so ich glaube die zeit dürfte jetzt auch gleich um sein ja noch zehn sekunden dann setze ich schon mal den timer und sage auf an dieser stelle auf wiedersehen bis zum nächsten mal tschüss dann